Ja, ich bin schon so oft vorbeigegangen, aber noch nie aufgefallen, dieser Felsen. Ich bin in Daffertal auf Weg 43, 44, alte Version 3, 4. Unglaublich, noch nie gesehen, so oft schon vorbeigegangen. Wow, Hansen. Das war's. Zerbrochen hier, aufgespalten. Ja, das Taffertal ist immer für eine Prasche gut. Immer wieder. Damals wird die Kamera mitgenommen. So. So schaut das aus. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier angeblich in diesem Bereich war die Ruine, des ZDF, 2020 in diesem Bereich war die Ruine, des Graben und da drüben. Ja. Neckert. Ja, hier haben wir noch einen Müllbach. Da vorne, von der Dachau. Darf er weg. Ich habe mich entschlossen, den Maria Dreichner wegzumachen. Da bin ich noch nicht gegangen. In Rosenburg bin ich eh schon aufgegangen. Aber hoffentlich hält das Wetter. Schaut sie mal rauf. So, bei der Dauferbrücke müssen wir links. 44. Leichtes Nieseln schauen. Aber ich brauche mich nicht abhalten davon. Ich vermute nicht geradeaus wie verbogen, sondern hier rechts runter. Richtung Zenkerup. Ja, die ist noch da. Danke, PJ. Nach Speis und Trank habe ich zwei Knödel gegessen. Da gibt es nämlich eine Knödelmanufaktur hier. Bauen sie auch gut. Und jetzt geht es weiter. Schöne, die sind in der Dachau. Schöne, die sind in der Dachau. Alles klar? Das ist schüttend, das ist schüttend, war. Ja, diese Abzweckung hier längst darf man auf keinen Fall verpassen, weil sonst kommen die Maxi-Gutzehr weg. Ah, hier haben wir schon so eine Sumpflandschaft, da oben kann das Wasser gar nicht mehr aufnehmen, nicht zu stehen, so viel hat es geregnet in den letzten Tagen, aber warum muss ich da jetzt links, das ist das Jägerkreuz, da gibt es auch einen Wegleser, aha, Jägerkreuz, wo wollen wir nicht, 44, links, Jägerkreuz vorbei, 444, ok, jetzt geht es auch links. Ja, da rindt schon ein kleiner Bach den Weg hinunter, so viel Wasser gibt es schon hier, da rindt schon Wasser runter den Weg entlang. So liebe Leute, bin fast am Ziel, nach 21 Kilometern, 5,5 Stunden, die letzten 3,5 Stunden nur Regen, aber nicht so schlimm. Vielen Dank fürs Zuschauen, am Anfang war es interessant, war fatal, einige neue Felsen, die alte Mühle, die Ruine, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ich verabschiede mich hier, bis zum nächsten Mal, tschüss.